Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dungeons, Dragons & Space Shuttleys. Von denen sind wir noch ganz weit entfernt, aber wir sind auf einem guten Weg zu den Space Shuttleys. Okay, wir haben noch eine Lootback zu öffnen. Oh, das gefällt mir sehr gut. Ach, Schmetterling. Leide. Ein Eisenschwert und Silicon. Okidoki. So. Dann, soweit so gut, einige Einzelteile. Das ist immer gut zum Basteln von mehr Dingen. Jetzt will ich es also schon wieder weg, aber jetzt brauche ich es wahrscheinlich jetzt gleich noch. Mist. So, kidoki. Also, Sandy Glass. Molten Silicon. Und the power of the sun. Uh, okay. Solarpanel 1. Aha. Wenn es so ein... Ich muss mich schon kommen. Solarpanel T1. Okay. Gut, das kriegen wir hin. Solarpanel 1. Aha. Eine Menge Holz, eine Menge Redstone. Eine Silberkoil mit Glas. Interessant. Okay. Glas habe ich nicht so viel. Muss ich noch besorgen gehen. Bisschen Sand. Mhm. Ups. Ach, was solltet. Ach, was solltet. So. Wo ist denn mein Sand, mein nächster? Ich glaube, wir den nehmen. Ne, da wächst mein... Da ist meine Wüste. Da hinten wächst mein Sugarcane. Das wäre nicht so nett, dem jetzt mal den ganzen Sand zu klauen. Hallo, Mr. Wüste. Boing. Was geht denn hier so ab? Jetzt hängt ja auch so ein Wüsten-Dungeon. Das wäre ganz lustig. Dann dringend mal in den Dungeon reingucken, beziehungsweise reingehen, den wir in der Schlucht gefunden haben. Wobei ich schon weiß, was drin ist. Also, weil ich reingeguckt habe. Einfach nur, um zu gucken, was drin ist. Es ist leider nur, in Anführungszeichen, nur ein Boss. Aber den müssen wir auch noch Platz kriegen. Oh, ein Lizard. Lizard. Hi, hi, hi. Also, ein Stack ging auf jeden Fall mit. Das war der versteckte, beziehungsweise der verschüttete, ähm, hier, Astral Sorcery-Tronen. Das ist halt kein Dungeon. Schade eigentlich. Kann man Dungeons von hier oben sehen, einfach so? Ich habe nicht genug entdeckt. Hier ist irgendwas. Könnte eine Schlucht sein. Oder Öl oder so. Ist hier eigentlich Öl auch ein Ding? Wo man dann gut Strom produzieren kann? Obwohl wir haben Industrial Craft, von daher, ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Okay. Die wäre das in Sand. Jut, jut. Hui. Unser Haus sieht schon ganz gut aus. Es sieht schon ganz okay aus. Ja doch. Kann man mitleben. Ja, 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 ja. So, dann lassen wir mal unseren Sand scharmen melzen. Hallo. Spiel, please. Ah, ja. So, wie sieht es aus mit Kohle? Eher mau. Wäre eine Idee. Wobei, dann machen wir das so. Okay. Also, wir brauchen diverses Glas. Diverses Holz. Können wir... Ah, das ist schwierig. Hier ist kein Holz drin, oder? Nee. Das ist gut. So, dann nehmen wir jetzt mal die Reste. Und dann das Rubberwood, oder so. Oh, nee. Oh Gott, nicht, aber... So. Redstone und du bist Silber und Redstone. Ob ich dringend mehr Redstone. Mhm. Mhm, mhm, mhm. So. Ein Solarpaneel... Solarpaneel T1. 12 Differentias of Solar Panels. FE or RF. 4 RF. Very inexpensive to manufacture. Ja, das ist okay. Äh, das ist so korrekt. So, die nächste Version davon. Choice Reward. Transmission Coils oder Glas. Wenn, dann eher die Transmission Coins. Ja. So, das nächste Höhere kostet... Ähm... Oh. Die kann man nicht hochcraften? Oh, das ist ja kacke. Oh, Mist. Ah. Das ist ja doof. Transmission Coils. Die kosten Glas und Eisen. Puh. Dann mache ich doch lieber die nächste Höhere. Das ist ja sonst doof. Das ist ja sonst ganz doof. 16... 20 F pro Ticket hätten wir dann da mit? Hm. Tut man also diesmal gar nicht hochcraften. Gar nicht. Puh. Das wäre doof. Schade. Gut, aber möglich... Wäre es uns sogar schon, das zu bauen. Ja. Wäre es sogar. Also, das ist das... Vierer. Wäre es sogar möglich. Elektrum können wir machen. Können wir machen. Können wir machen. Haben wir. Können wir machen. Obwohl wir wissen nicht, wie man dann Superglue herstellt. Ah, dafür ist dieser Sandcompound wahrscheinlich da. Nehme ich an. So, dann schlüpfen wir da mal rein. Beziehungsweise will ich schon die Solarpanel auf dem Dach verarbeiten. Hier wird unser Powerraum. Das heißt... Okay. So. Next one. Dann. Manuille Trees. Sandy Glass. So. Sandy Glass is crafted from Sand. Glass used to create Superglue. Ah, ja. So, we just wanted to find us to make thickened Glass. So, Sandy Glass. Zehn Stück. Brauche ich Glas und Sand. Wahrscheinlich wie immer. Ne. Sandy Glass. Ach so. Okay, gut. Ja. Kommt auf selber raus. Halb so viel. Okidoki. Aber nee, es ist weniger. Na, passt schon. Und dann? Choice Reboot. Sandy Glass. Empty Cell. Oder Oak Chest. Ich würde die Empty Cell nehmen, oder? Wie viel kosten die Empty Cell? Empty. Cell. Cylinder. Cell, 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 Cell. Das bist du. Du bist sicherlich das Zinn, 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 Zinn. Nehmen wir das. Bringt uns gerade mehr. Done. Sandy Glass Dust. Put Sandy Glass into a mortar to obtain Sandy Glass Dust. Okay. Mortar. Wie viel? Zehn. Es ist dunkel. Das ist egal. Okay. Mhm. Okidoks. Done. Item Reward. Wir kriegen alles. Das ist immer gut. So. Solid Glue Cells. Put Sandy Glass Dust and Rubber in an Empty Cell to obtain a Filled Glue Component Cell. Okay. Rubber. Von den Rubber Trees. Was willst du? Ähm. Sandy. Das da. Okay. Aha, aha, aha. Und dann? Super Glue Cell einmal durchschmalzen. Fünf wollen wir daraus machen. Dann brauche ich noch mehr Rubber. Tretab. Und. Ähm. Du kommst hier hin. Ähm. Ach Gott. Mhm. So. Und. Die Rubber Tree. Supplings. Plus. Watering Can. So. Kann ich hier auffüllen am besten. So. Schon nachgewachsen hier? Oder eher nicht so? Ich glaube fast eher nicht so. Hm. Ah. Okay. Gab's ein Setzling? Irgendwie nicht. Jo. Dude. Dich mach ich fertig. Bam. So. Weiter geht's. Wachse, wachse, Kleiner. Gummibau. Kann man. Ist die Seite egal? Oder wie läuft dat? Okay. Miete. Gleich gehen wir die Setzlinge aus. Na toll. Hm. Rock'n'roh. Oh. So. Aha. Hm. Warum kommt denn da so wenig raus? Gibt's doch gar nicht. Hm. Hm. Und wie wollen die Bäumchen heute nicht? Okay. Da kamen wir jetzt jetzt länger. Ist gut. Hm. 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 Okidoki. Das bringt ja mal. Mein Gott, das ist viel zu wenig. Wie komm ich sonst an, Sepp? In der Zentrifuge. Aus Propolis. Toll, das bringt mir auch nichts. Das heißt, ich muss echt weiter. Hm. Hm. Diese blöden Bäume. Hm. Und die Industrial Sentrifuge war... Hm. So am Weg, wie ich da ran komme. Außer so. Loverwood. Cell. Sepp. Metall und Carbon. Du kostest... Oh. Nee. Zu viel. Hm. Okay. Hui. Aha. Aha. Die Frage ist halt, wachsen die nach oder nicht? Ich vermute nämlich nicht. Vielleicht lasse ich ihn jetzt einfach mal stehen. In der Hoffnung, dass er vielleicht doch noch nachwächst. Ich hab keine Ahnung. Oh. Das ging fix. Das hat nix. So. Der Dön. Du bleibst stehen. Du halb kahles Bäumchen. So. Du, du. Naja. Immerhin ein bisschen. So. Ähm. Mhm. Wood. Sandy, irgendwas. Glas. Brauchen wir noch. Rubber und Sand. In der Zelle. Hab ich jetzt noch Zellen? Can. Zehn Glasscheiben. Na. Zehn. Oh. Oh. Das und das und das. Ich war noch vier. Doch nicht. Okay. Fünf wollte ich. Okay. Gut. Claim. Das sind die letzten vier. Perfekt. Machen wir es direkt so. Boom. Sehr schön. So. Ja. 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 Und dann. Schmelzen. Super glue. Inverted light. Cool. Kriegen wir alles. Nice. So. So. Hm. Höp. Höp. Und. Eins. Zwei. Sticks kriege ich ja immer. Aus den Bäumchen. Die ich fälle. Kurz aufräumen. Hm. Ziemlich voll hier. Mist. Äh. Du. Du. Oh je. So viele Tree Taps. Wo kommen die alle her? Zack. Zack. Okidoki. Ja. Ich muss dringend was essen. Nehme ich direkt den dicken Schweinebraten hier. Och hier. Was kleines für den Hohlenzahn. Das zum Beispiel. Ne. Die Möhre will ich anpflanzen. Melone. Sehr schön. Aha. 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 So. Wird geschmolzen. Fünf Molten Gluidingsbums. Claim. Supi. Circuit Plates. Die sollten ja wohl einfach sein. Ähm. Ich denke mal einfach nur. Stein. Smayerschen. Smayersch. Lemme. Smayersch. Ähm. Stone. Plate. Das sind. Weißen die Plates? Wahrscheinlich nicht. Äh. Stone. 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 Circuit Plates. Sehr sweet. Plates. Die hier. Einfach Stein sogar schmelzen. Gut. Das ist easy. Easy peasy. Kann ich die. Polischen. Und einfach. Durchschmelzen. Hey. Mein Krachmacher im Hintergrund. Schrecklich. Ja. Ich glaube ich muss meine Tisch- und Stuhlbeine irgendwie mit Gummi auskleiden. Dass es, wenn der Knochen dagegen knallt, nicht immer Töck, Töck, Töck macht. So inverted blue lights. Das heißt, die können wir irgendwie in den Boden knallen. Die machen schönes Licht. Das sieht lustig aus. F7 an. Sehr cool. Hier sollte man Licht dran lassen. Packe ich das Ding direkt hier nebenan? Na. Komm. Passt schon. Passt schon. Das passt schon. Erstmal so. Okay. Warum bist du noch da? Ich weiß es gar nicht. Du darfst dahin. Okay. Weiter geht's. Keine Müdigkeit vortäuschen. Hoppala. Zehn davon. Wie viel kriege ich? Eine Menge. Ja. Achso. Choice Reward. Äh. Sandy Glass oder Silver Coin. Ich glaube, da würde ich die Silver Coins nehmen. Molten. Silicke. Und Manreal Trees. Was machen wir denn mit dem Manreal? Sponsor. Okay. Ich kann hier nochmal wollen. Mhm. Into Manreal Wood Planks. Into Stairs. Und Doors. Ja, toll. Processed in the Squeezer. Oh, Mechanical Squeezer. Merril Resin. Main Source of Crystallized Merlin. Okay. Menreal. Menreal. Äh. Okay. Habe ich davon nicht sowas schon einen gefunden gehabt? Nee, es ist eine Silver Wood. Menreal. Okay. Es ist dunkel. Hm. Wir legen uns hin. So. Und weiter geht's. Kann man was mehr ignorieren. Hems and Flowers. Eine von beiden. Payroll and everything we treat, äh, from treating wounds to boosting abilities. Okay. Okay. Ähm, Superglossal. Die kann ich jetzt hier reinstecken, nehm ich an. Äh, ja. Zack. Ach, die leeren Zellen krieg ich wieder. Das ist ja praktisch. Na, Gott sei Dank. Das ist gut. Schön. 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 So. Blumen. Blumen. Ich ess Blumen. Denn Tiere tun mir leid. Okay, ich war noch ne Poppy. Poppy. Oh, F7 ist wieder am Stüttel hier. Uff. So, gelbe Blumen gibt's hier ganz viele. Und da hinten gibt's hier roten. Ist da die rote Blumen? Nein. Du bist ne Tulpe. Du bist ne Tulpe, keine Rose. Mist. Hallo, ihr Kühe. Ähm. Da. Das sind echte Poppy's. Ein paar von mit. Wo ich schon hier bin, nehme ich die auch gleich mit, weil die sicherlich auch sehr bald brauchen werden. Jip. 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 Ein paar gelbe. Zur Sicherheit. Mhm. Ah, ich hab, hab. So, sonst noch was? Claim. Magic Mundus. Weining Flint, Retson and Ball and, äh, any crystals. Ach. Das ist, ähm, Start von Boomcraft. Wollen wir später machen? Noch nicht. Das war Kanola, oder? Ups. Oh. Wer ist denn da schon wieder von dem Feld rumgesprungen? Frechheit. So, Pflänzchen kurz abgeben. Dich kann man auch essen. Ähm, Seeds. Unnütz. Erstmal Unnütz. Corned Beef. Lecker. Kann man das verarbeiten? Ja. Zu Dingen, die ich noch nicht habe. Ei hätte ich. Käse habe ich nicht. Okay. Dann können wir es auch so essen. Okay. Das kommt später. So, Molten Silicon. Can put Silicon Bowls in a empty cell to obtain solid Silicon cells. Okay. Oh nein, wahrscheinlich brauche ich das auch noch. Oh, oh, oh. Oh, oh. Engineers. Engineers. Ähm. Engineers. Superglue. Irgendwas, Molten Silicon ist. Nee, oder? Doch. Shit. No. Uh. Kriege ich die auch wieder raus? Gott sei Dank. Hui. Schwein gehabt. Ah, 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 ah. Ahem. Okay. Silikon. Silikon Bowls in a empty cell. Sandy Dingsons hat die sogar noch gehabt. Und das soll. Let's hier. Ich gebe recht davon für den Quest 2. Gut. Squee. Oh. Squeeze. Ah, Choice Reward. Ich, ich bin... Blutberg-Typ. Tut mir leid. Blutberg sind voll mein Ding. Also, puff. Mh, lecker Eis. Ah, Cans und bisschen Zinn. Okay. Zinn. Das kommt hier hin. Okay. Ich würde sagen, wir sind in der nächsten Folge wieder. Und, ähm, ja. Ich glaube, für die, 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 die Ressourcen Quest werden wir ein paar Sachen sammeln gehen. Und ich würde sagen, wir sind in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüssi. 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 Bis dahin und tschüssi.